Herzlich Willkommen hier in der Sakristei, in der St. Gorgoniuskirche zu Goldenstedt. Das ist der Raum, der nur für die Bediensteten der katholischen Kirche zugänglich ist. Das heißt, Messdiener, Lektoren, Pfarrer, Kommunionhelfer, nur diese Leute können diesen Raum betreten. Und hier ist die Arbeit, die eine Sakristanin zu tun hat. Und was bewahren Sie hier so auf? Also hier sind die Gewänder der Pfarrer alle vorhanden. Die kleiden sich vom Gottesdienst eine Viertelstunde, 20 Minuten vorher hier an. Und dann wird der Gottesdienst besprochen. Und dann ruhen wir noch etwas und dann beginnt der Gottesdienst. Das war ein kleiner Einblick in der Sakristei. Und nun wünsche ich allen Zuschauern und Lesern eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit. Das war ein kleiner Einblick in der Sakristei. Herr Reif! Körneteil. Untertitelung des ZDF, 2020